Herr Viertler, heute haben wir hier einen Neujahrsempfang für Mitarbeiter. Tolle Idee irgendwie, aber was ist der Hintergrund? Entstanden ist die Idee ganz simpel erst mal daraus, dass wir gesagt haben, naja Weihnachtsfeier, das ist eine Zeit, wo jeder familiär und privat schon viel um die Ohren hat, dann kommt noch das im Geschäft dazu. Wir wollten das ein bisschen entspannen und ins neue Jahr legen und das kommt so toll an, dass wir jetzt hier eine Tradition schon draus machen und ja, jeden freut sich, jeder hat Spaß dabei, ist eine ganz klasse Veranstaltung. Ich stehe hier auch überhaupt keinen Kunden, das soll so sein, nicht? Das soll so sein, das ist eine rein interne Veranstaltung für die Mitarbeiter, um auch den Mitarbeitern mal ein Feedback zu geben, um die auch so ein bisschen zu feiern, um gemeinsam da mal stolz zu sein, aufs Jahr zurück zu blicken, was haben wir geschafft und eine Vorausschau zu geben, was wird im neuen Jahr kommen, was haben wir vorher, um die Mitarbeiter da auch daran zu beteiligen, dass sie eben informiert sind und ja, mitentwickeln das ganze Unternehmen. Worauf legt man besonders Wert in Richtung der Mitarbeiter? Können Sie mir da eine Antwort drauf geben? Wir legen bei uns ganz besonders hohen Wert auf die Mitarbeiter, denn nur dadurch können wir uns profilieren und von anderen unterscheiden. Also das Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter und denen muss es gut gehen, damit es auch dem Unternehmen gut geht. Es muss jeder mit Spaß zur Arbeit kommen, mit Freude zur Arbeit kommen und darf eben nicht da mit Groll schon hier erscheinen oder irgendwas. Und deswegen pflegen wir einfach solche Veranstaltungen, dass auch gemeinsam mal gefeiert, gekocht, Cocktails gemixt werden und ein bisschen was getrunken wird. Es ist auch klasse, dass dann alle hier in Firmengleidung erscheinen, das gibt ein ganz tolles Zusammenhörigkeitsgefühl. Durch, dass die Leute gut motiviert sind, weil wir halt viel Spaß zusammen haben, ist auch der Verkauf sehr gut, weil jeder locker an Kunden rangeht ohne Hektik, ohne Stress, ist einfach nur gut drauf und sagt, es ist einfach so, ich bin gerne hier, es macht Spaß hier, die Qualität stimmt, die Leute passen super. Arbeiten hier bei den Küchenhelden, wie findet ihr das? Super, also die Gemeinschaft ist gut, das Team, man kann sich darauf verlassen. Generell das Klima ist wirklich super. Der Neujahrsempfang ist ja heute eigentlich schon ein Empfang, exklusiv nur für Mitarbeiter. Wie findet ihr überhaupt diese Idee? Das finde ich super, weil dadurch kommt man auch ein bisschen näher, man lernt sich besser kennen und so finde ich das auch auf jeden Fall super. Okay, vielen Dank.